Und damit herzlich willkommen liebe Freunde zu einer weiteren Folge Sacred Gold hier in den irgendwelchen komischen Wäldern. Wir sind übrigens fast im ganzen Westen, ganz im Westen so heißt das. Da haben wir zumindest eine Himmelsrichtung schon mal abgegrast, wobei im Süden müssten wir auch schon komplett gewesen sein. Naja hier unten wäre es, da hätten wir mal noch einen schwarzen Thron, den habe ich auch noch nie kennengelernt. Ups. Umgerannt. Hier geht es auch noch lang. Das ist ein kleiner Abgang. Nichts wertvolles hier. Keine Person. Aber da oben sehe ich schon den Reittierhändler. Bin also gleich in der Stadt. Tür Fasol. Königlicher Waldläufer. Ihr seid hier? Welch glücklicher Zufall. Zwei Speer der Waldelfen aus Tür Hadar sind in den Wald gekommen. Sie bitten um Hilfe gegen die fanatischen Eiselfen, welche deren Jagdgebiet besetzen. Wahlhaustruppen können wegen der momentanen politischen Lage keine Hilfe leisten. Sucht bitte die Elfenspeer auf und helft ihnen. Ihr findet sie, wenn ihr den Weg weiter Nordwest nicht folgt. Also erst mal in die andere Richtung, die ich erstmal gar nicht möchte. Tür Fasol. Zuflugsort für die Gerechten seit Arnum den Ersten. Soldat Erdalu. Findet bitte meinen Wolf Gambit. Heute Morgen musste ich feststellen, dass mein Baschwolf Gambit verschwunden ist. Das kommt schon mal vor, dass er alleine im Wald umherläuft. Aber nach ein paar Stunden ist er spätestens wieder da. Ich mache mir langsam Sorgen um ihn. Würdest du dich etwas ausmachen? Kurz nach ihm zu schauen, da ich im Moment meinen Posten nicht verlassen darf. Haltet euch so die Westsicht. Da ist eine alte Höhle, von der ich ihn schon öfter gefunden habe. Bestimmt da, wo die Skelette sind, oder? Ne. Woanders. So, Reittiere. 170. 220. Ja, meins hat auch super Speed. Das ist auch 220. Kriegt ihr es mal hin, hier zu töten? Das kann nicht so lange dauern, oder? So. Darf ich wieder vor meinem Pferdchen absteigen? Hm. Scharifa? Dieser Name verheißt die Weisheit einer Zauberkundigen. Schauen wir mal. Fahren wir fort. Das Rätsel um das Eindringen der Orks in unsere Länder ist zu entschlüsseln. Meine Weisung sei diese. Findet die Orks-Schamanen von Korat nur. Die Orks selbst scheinen nicht erobern zu wollen. Sie fliehen. Etwas treibt die Orks aus ihren Ländern. Die Orks-Schamanen werden ihre Götter gewiss bereits gefragt haben und könnten über Antworten verfügen. Sucht sie auf und findet heraus, was sie wissen. Im Zweifelsfalle untersucht, was die Überreste ihrer toten Körper zu sagen haben. Ich öffne euch ein Portal, welches euch nach Orkenbörrer bringen wird. Geht nun. Und viel Glück. Ich danke euch, Scharifa. Obgleich die Orks euch wohl kaum für diesen Rat danken werden, wenn ich die Wahrheit aus ihnen heraushole. Also ich könnte hierhin weiter. Hier diesen Weg lang. Vergiftete Brunnen, wo es verreicht fährt. Die Mission kann ich nicht abschließen. Valos Pläne. Ist in Korat nur. Da war ich doch schon, ne? Na, komm. Ich wollte nicht das Geld haben. Oh, den Buchständer nehme ich mit. Schriftreller Erforschung der Todestiefen. Oh, nö. Lass mal. Guck mal zum Beispiel die Statistik an. Zehneinhalb Stunden spielst du und gerade mal 10,3% der Welt erkundet. Einmal bisher musste ich mich wiederbeleben. Oder wurde ich wiederbelebt. Guck mal, hier seht ihr. Wow, es gibt zwei, drei, vier. Ich gehe mal von außen, es gibt sechs Kapitel dann. Mal gucken. Das ist ungünstig. Ich würde nicht mal meinen. Egal. So, was möchtest du? Welche Verhügung des Schicksals, euch hier wiederzusehen? Und ihr bringt meine Haar locker meiner Liebsten? Ich danke euch. Dir stüt mir Trost in den kalten Wüsten Nächten spenden. Viel habe ich nicht, was ich euch geben kann. Doch bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay. Kommandant von Ahil-Tar. Ein neuer Auftrag für dich. Ein paar unversichtige Siedler haben sich in der Wüste verlaufen. Bringen sie zurück. Weiß der Teufel, was die Narren so tief in der Wüste tun. Vermutlich versuchen sie, bradokanische Kakaobohnen von den Orks zu stehlen. Narren. Aber es ist nicht zu ändern. Such sie und bringen sie Lebend hierher, falls es dir möglich ist. Versagt nicht. Händler mal noch ne Mission. Genau, du. Er möchte wohl nicht so Händler. Ich darf erst noch ein bisschen was verkaufen. Ops. Was war das gewesen? Alles gut. Ach, guck mal, es ist sogar ein Ring. Nice. Okay, behalten wir auch mal. Regens Rat erwartet der Schaden. Feuerschaden plus 8% Widerstand gegen Zombies. Zombies endgültig Band plus 2. Siehst du, da gibt es doch so eine Fähigkeit. Hat ich ja gesagt gehabt. Nehmen wir mal ein bisschen davon mit. Versucht der Hölle, habe ich nämlich auch kaum noch welche. Das war's. Mehr hat er nichts interessantes für mich. MM, Siedler in der Wüste. Ich muss hier runter. Dann werden wir ganz kurz mal die Siedler zurückbringen. Komm ich hier irgendwie rüber? Oder muss ich die Brücke da oben nehmen? Ich gehe mal ganz kurz hier lang. Ich komme hier irgendwo runter. Wo ich hier irgendwo hochkomme. Ah ja. Sehr gut. Eine easy Abkürzung. Rettung naht. Hört uns an. Orks überfielen uns. Verschleppten uns. Meine Familie, meine Freunde. Die anderen sind tot. Oh bitte, bring mich hier raus. Dann komm mit. In der Haufen, er wird nicht angegriffen. Das hängt einfach schnell machen. Immer noch recht hohes Level, die Gegner. Gute Arbeit und danke. Auf dich ist Verlass. Diesen Narren sind aus dem südlichen Grenz hinterher gekommen, weil es Gerüchte gibt, dass es in der Wüste von Gold wimmeln sollte. Diese Wohlköpfe haben ihr Leben für Pirid Katzengold riskiert. Ah, ein Set-Item, was mir leider nutzlos ist für den Zwerg. Widerstand gegen Betäubung plus 9. Schuh weg, die dich langsamer machen. Super. So, nächste Mission. Der Überlebende bricht dir von weiteren seiner Zippe. Finde die Siedler und befreie sich zu den Klauen der Orks. Wir wissen von dem Siedler, den du in der Wüste gefunden hast, dass seine Familie von einer Band der Orks verschleppt wurden. Das ist meine Klinge und die Macht der Ahnen für euch. Ist so doof. Der hat doch gesagt, die sind tot alle. Ist auch noch eine Mission. Ne. Hier ist aber noch ein weißer Punkt. Naja, die Mission kommt vermutlich später. Hm. Jetzt darf ich hier los und Tote suchen, oder was? Egal, ein bisschen ein Teil der Wüste erkunden. Verschleppte Siedler war ich ja schon gewesen anscheinend. Gut, vom Pferd noch kurz absteigen. Boah, hat ganze nur Gegner getroffen, die Waffe. Naja, das geht jetzt dann nicht so gut. Helft uns, diese Grässlichen sind entsetzlich. Einige von ihnen haben Wolf gefressen, erlebt noch, als sie anfingen, ihm das Fleisch von den Knochen zu reißen. Bitte holt uns hier raus und bringt uns in Sicherheit. Das ist, äh, ein wenig brutal, ne? Vier Leute hier. Na dann. Könnt ihr mit dem Pferdchen mithalten? Hm? Müssen sie wohl. Zwei sind interessanterweise blau, zwei sind gelb. Ich glaube, die gelben sind unbesiegbar. Und die blauen sind vernichtbar. Mal ein bisschen nutzen, hier, äh, Teil der Karte aufzudecken. Wenn ich hier schon langlaufe. So, nächste Mission erledigt. Eigentlich wollte ich das gar nicht machen, aber gut. Auf dich kann ich meine Truppen stützen. Du hast es wieder einmal geschafft und das Leben von Unschuldigen gerettet. Narren zwar, aber unschuldige Narren. Diesmal soll dir den Erfolg versüßen und dann trinken wir ein Glas Moorbrucher Whisky auf dein Wohl. Meine Mission. Du bist gerade rechtzeitig gekommen. Wir wäkeln in die Siedler. Deck deren Rückzug durch das Transferportal. Meine Schwerberichteten von den vorrückenden Untoten, die uns jeden Moment eingreifen werden. Na los, zieh blank und mühden, die können uns gnädig sein. Heute ist immer ein guter Tag zum Sterben. Meine Kinder und die Macht der Ahnen für euch. Ich glaube, das ist einfach nur ein neues Portal. Das ich jetzt, äh, benutzen kann. Evakuierung. Oder muss ich wirklich die Skelette... Oh, ich muss die wirklich abhalten wahrscheinlich, ja. Dann schocke ich doch gleich mal einen Sog der Hölle. Ist wohl erledigt. Wenn wir nicht alle weglaufen würden, wäre es total cool. Ich hab'n... Okay, trank die Konzentration, alles gut. So. Lieber Köring da oben ist, er. Der da gerade noch vergiftet wird. Danke für deine Hilfe. Du solltest diesen Ort verlassen. Hier gibt's nichts mehr für dich zu tun. Sorge dich nicht um uns. Wir halten weiterhin die Stellung und wenn all dieses, ähm, dieses merkwürdige Ränkespiel der Götter vorbei sein mag, sitzen wir in den Tavernen von Burg Holmuth zusammen, trinken, feiern und... Na los, geh schon. Diese Region ist befriedet. Warum nur wollt ihr sterben? Warum nicht? Schade, ich dachte, es wäre ein Portal gewesen, wo ich hier wegkomme. Immer mal wieder, wo wir mich hin teleporten können. Gut, auf geht's nach Kuratno, würde ich sagen. Noch ein Teil der Karte erkunden, bis dahin. Hm, viele Akkunden kann ich jetzt hier nicht mehr. Wahllos, ist das nicht die Orkstadt gewesen? Davon muss ich ja den Drachen töten. Also jetzt, zur jetzigen Zeit müsste ich den Drachen töten. Ich gucke mal, ob er wieder da ist. Vielleicht kann man den ja noch mal killen. So ganz uncool war der ja nicht gewesen, der Drache. Dauernd ist er. Oder ob die einmalig sind. Schade, die sind einmalig. Das ist ja echt schade. Ich habe schon 211 Gegner gekillt in dieser Aufnahmesession. Seitdem ich das Spiel gestartet habe. Ich hätte hier rutschern können mit einem Portal, mit einem richtigen. Orkischer Schamane, wenn ich dir das Horn gebe, kannst du was gegen die tote Flut in unserem Land unternehmen? Wir stehen kurz vor unserem Ende, doch du warst ein ehrenhafter Krieger. Da, nimm es, nimm es und rette uns. Ein Dämonen, was lebt das? Eine Sequenz. Rechtzeitig vorhin die Aufnahme beendet, bevor ich hier wieder irgendwas schnippeln muss. So. Eigentlich nichts Interessantes gewesen in dieser Sequenz. Einfach nur, Akt 3 hat sich eingeläutet, sozusagen, nach Hohenmut. Wo ist denn hier das Hohenmut? Ja. Na denn. Hier ist aktuell keine Mission, wir werden mal ganz kurz mal wieder hier zurückgehen. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, aber nach Feenbach. Oder nach Mascarelle erstmal, da. Denn da hinten sind noch einige Missionen, die ich machen muss. Aber hier haben wir drei. Ronin, vergiftete Brunnen und... Machen wir mal gucken. Ich habe schon von euch gehört, da werde ich noch hoffen. Wir gucken mal, wo wir hingehen. Ja, die Sequenzen kann ich hier echt leider nicht aufnehmen. Das ist wirklich schade. Das finde ich echt ein bisschen ärgerlich, auch wenn die Sequenzen jetzt nicht wirklich gut sind. Aber ich müsste mal Videos zusammenschneiden. Das nervt mich am meisten. Wo gehe ich eigentlich lang? Falsche Seite. Und zwar müssen wir dich nicht erledigen können, das sind auch noch viel mehr. Da dürfte eigentlich nichts sein. Guck dir das mal an hier. Ist einfach nur eine kleine Insel. Da dürfte nicht viel hinter sein. So, was haben wir hier noch Schönes. Ein weiterer Weg, der mich nach oben bringt. Vergiftete Brunnen. Da muss ich auch hier lang. Das hatte ich beim letzten Mal festgestellt, dass ich auf die andere Seite muss. Musst du also sowieso hier hin. Diese Region ist befriedet. Hier lasse ich jetzt mal aus. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da ist hier noch Schrott drin. Gerade in dem Bereich hier, wo einfach nur über 18er sind. Das ist ja lächerlich. Komm ich da rüber. Ich bin irgendwie... Ich glaube, ich muss in die Höhle da rein. Verdammte Kack aber auch. Weißt du, dann wenn ich mich mal entscheide, keine Höhle zu machen, dann muss ich die machen. Ich denke, ich werde woanders rauskommen, wenn ich hier reingehe. Das ist ja auch der Vorteil. Du kommst halt irgendwo hin, wo du eigentlich sonst nicht hinbekommen wärst. Dafür, dass ich die Gegner in Ruhe. Ach so, wenn es zu viele wären und so schöne Gegner. Nö. Ich muss hier nicht lang. Gut. Dann habe ich die Höhle trotzdem gemacht. Zumindest erkundet. Wie komme ich denn bitte da hin? Negativ, negativ, negativ. Von da oben. Bullshit. Und da müsste ich theoretisch... Ich kann hier langlaufen. Tür versuhl. Ach, bringt nix. Das ist ja doof. Dann kommen wir auf den äußeren Rand hier und dann... ...machen wir Boris von Reichenbach. Oder wie auch immer er hieß. Jetzt hat sich der Counter übrigens resettet. 7481 nur noch. Hier kann ich übrigens rüber. Scheiße. Warum kann ich hier rüber? Kann ich ja doch auch was machen. Euch erwartet die Erlösung. Ungeboxt. Ich weiß noch nicht, wie er da hinkommt. Aber ich komme da nicht hin. Unendlich viele Wege, die man hier langlaufen kann. Gut, dass es drei Tiere gibt. Ohne wäre das Spiel wirklich sehr, sehr langatmig. Und hier machen wir noch eine ganz kurze kleine Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Sacred. Bis dahin. Ciao.